Tor! 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 Yes, 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 yes! Da ist es! Bayonis! Ich hab Pedalum im Grupp! Ja, Mann! Ich fühle mich gut, ich fühle mich gesund und ich fühle mich so, dass ich das Gefühl habe, ich kann der Mannschaft helfen, wobei mich natürlich nicht so oft auf dem Platz zieht. Aber ich glaube, dass ich innerhalb der Mannschaft eine wichtige Rolle spiele und meine Aufgabe einfach erfüllen möchte. Und da fühle ich mich auch noch ein Jahr dafür bereit. Du bist jetzt so lange schon beim SSV in Regensburg, seit 2014. Was bedeutet dir dieser Verein? Ist er der SSV Jan, die Stadt Regensburg, die auch so ein bisschen schon ans Herz gewachsen? Ja, kann man definitiv sagen. Also meine Tochter ist in Regensburg geboren und wir fühlen uns als Familie total wohl. Also eine Dame kann sich auch nicht mehr vorstellen, irgendwo anders hinzuziehen, hat hier seine Freunde. Und wenn ich von mir spreche, der Verein ist einfach ein riesen, riesen Teil meiner Laufbahn, meiner Karriere. Und das lässt sich ja nicht absprechen. Wir haben riesen Erfolge gefeiert und feiern die nach wie vor. Und ja, ich bin einfach glücklich, Teil dieses Vereins zu sein und auch Teil dieser Geschichte, die wir jetzt noch schreiben. Und ja, ich fühle mich da schon sehr glücklich. Tschüss.